So, jetzt kommt der eine Schlipter. Nein! Ach man! Moin Kinders und herzlich willkommen zu Minecraft Proof. Heute mit Nancy Lobius, die Sofa Gaming-Leute. Und Cy-Lord Tim, Eisgast. Hallo! Und es geht los! Hallo Leute! Ich hab kalte Hände. Ich auch. Denk dran, würfeln mit linker Maustaste, also nicht permanent irgendwelche Leute schlagen, da würfelt ihr Scheiße. Nancy! Ich hab ne 3. Nancy! Ich hab ne 1. Und um deine Hände zu wärmen, pack die unter den Arsch. Ah, Brüller. Warum hab ich nen heißen Arsch, oder was? Ich hab nen heißen Arsch. Ich hab einen heißen Arsch. Du kennst meinen Arsch gar nicht. Ich hab nen heißen Arsch. Ich hab einen. Glaub ja wohl. Sei egal, siehst du mein Arsch an. Hiiii! Du stehst an mir im Boden. Achso. Du müssen... Du grüppel. Du grüppel Mädchen. Basti ist n Mädchen. Basti ist n Mädchen. Du. Bleep! 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 Bleep ist super. Bleep ist super. Bleep ist geil. Bleep ist geil. Bleep ist geil. Bleep ist auch egal, ja. Bleep ist auch egal, ja. Bleep ist auch egal, ja. Würde ich schon sagen. Wir tun erstmal miteinander spielen, alle anderen die ausscheiden lassen. Basti. Ich bin hinter dir. Pass auf, bitte. Wo bist du denn? Bin hinter dir. Achso. Ja, einer ist schon mal weg. Oh, schon mal gerade einen. Da ist der Trusty! Okay. Jetzt müssen wir hier ein bisschen safe machen. Und nein. Wer ist hinter mir? Ich bin das. Achso. Pass auf. Wieso? Achso. Cylon! Ich bin ein Kind. Der Spaß am Minecraft hat. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Okay, weiter. Pam, 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 pam. Wie still es einfach ist. Ja. Ja. Weil jeder konnte... Nein! Hilfe! Toll. Oh. Warum ein paar Schneewelle? Ah. Warum ein paar Schneewelle? Nein! Wer läuft denn da hinten alles? Ich bin das. Basti, 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 pass auf. Da vorne, die da. Chris und Christine, oder? Ich bin raus. Chris und Christine. Sind die zusammen? Keine Ahnung. Chris und Chris wahrscheinlich. Das ist der letzte Logo. Sind die ein paar? Nein! Nein! Ich bin auch noch da. Nancy! Bitte nicht mich abwerfen. Bitte nicht mich abwerfen. Nein, mach es nicht. Oh, 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 oh. Schnell, schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Nancy! Nancy! Nein! Nein! Das ist nicht wahr! Wieso? Oh, du musst es auch raus. Ja. Ich war noch so jung. Ich auch. Und lebendig. Nee, du warst tot. Lebendig? Ja, ich war lebendig. Doch, du warst tot. Du riechst nach Erde. Yeah. Nach Erde? Nach Erde? Schön wär's. Wie riecht denn Erde? Gebraten? Oder gegessen? Ne Erde. Boah, ich hab jetzt Hunger. Oh, du bist noch dritter geworden. Der hat doch gar nicht gemacht mehr. Da stand einfach nur da. Ich hab dir sogar geholfen. Ich wollte dir helfen. Wolltest du? Ja. Ich war doch hinter ihm. Ja, du bist der Beste. Danke. Oh, ne Fünf. Ich hab ne Sechs. Ne Vier. Ne Vier. Pass auf, pass auf, pass auf. Und? Nein, ne Fünf! Basti! Du musst ein Feld weiter. He he. He he. Sind wir von uns bei mir? Nein. Welche Randoms? Hier. Hallo. So, wo ist der? Ein blaues Feld. Oh, du. War das ein blaues Feld? Ach, scheiße. Loopy, was machst du hier? Du warst auf dem blauen Feld? Ja. Haha, warst nicht mehr weiter als du? He he he. Ja klar, weil du ja einen dritten Platz gemacht hast. Nein, 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 wegen dem blauen Feld. Scheiße. One in the Chamber. Ach, das ist halt neu, oder? Nein. Wie ging denn das nochmal? Ich hab keine Ahnung. Oh mein Gott, ich wär schon beschossen. Und jetzt! Aaaaah! 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 Dann kriegst du noch einen. Wow! Komm her, Nancy. Nein! Hä? Was? What the fuck? Nein! Ach, leck mich doch fett! Wie ich das immer gesehen habe, meinen Gegner. Zack! What? Und? Und? Unglaublich, was ist hier denn los, ey? Zack! Fickelt euch alle! Wie komm ich denn jetzt wieder zu euch hoch? Oh nein! Nein! Wie ich halt meine gnadenlos daneben werfe. Sind doch eh tot, oder nicht? Nein, alter Mann! Nein, wir sind nicht tot! What the fuck, Mann? Du kannst weitermachen, du kriegst da ein neues Leben. Nur wer am Ende über ist. Ach, Mann! Hä? Alter, leckt mich fett. Ich finde keinen mehr. Doch da. Alter, nein! Wieso sterbe ich immer? Das Spiel ist scheiße. Komm her jetzt! Nein! Verdammt, ey! Allein. Ich spawne da, wo gerade Kite ist. Ja. Das Problem ist, es ist auch ziemlich dunkel. Ja, alter, komm! Wo ist der Geist vom Schützen? Hä? Wieso machen die mich so schnell down? Das ist doch nicht wahr! Ey, leck mich doch mal fett! Alter, das Borden kriegt gleich ein Pfeil in der Frisse. Ja, ist so! Ey, wie frisst denn der Typ? Ja genau, der hat doch irgendwas drin. Der hat tausend Pfeile in sich stecken und lebt immer noch. Ist der mich veräppeln, oder was? Nein! Das ist nicht wahr, Mann! Ich hab' nicht getroffen! Ich hab' nicht getroffen! Hahaha! Du bist tot! Ja! Was denn? Ich hab' wieder nicht getroffen! Ich hab' immer Angst, dass hinter mir... Wo ist er denn jetzt hin? Nein! Ich hab's! Nein! Ich hab's! Okay! Nein! Ich kann einfach nicht treffen! Das ist scheiße! Mann! So knapp! So knapp! So knapp! So knapp! Ich hab' ein, zwei Kills gemacht, Benni! Boah! Ich hatte neun! Ich hatte neun! Ich hatte... Alle haben's nämlich umgebracht! Ich hab' dich auf jeden Fall einmal umgebracht am Anfang! Ich hab' ne Drei! Ah! Ne Eins! Ach komm! Ich hab' ne Eins! Ich hab' ne Eins! Ich hab' ne Eins! Ich brauch' ne Eins! Oder für'n Bronzwürfel ne Zwei! Ah! Nein! Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Geh' weg! Ich glaub' ich ein blaues Feld! Juhu! Nein! Nein! Oh Mann! Warum steh' ich jetzt hier alleine? Hallo Dennis! Weil du es geschafft hast, Nancy! Du hast mich besiegt! Keine Zweifel gespielt! Pass aus! Dreierfall! Oh no! Das wurde noch drin! Och das wird... Das wird wieder so schwer! Das Kind ist so geil! Ja das ist neu! Wie? Wie das ist neu? Ja das ist Neues! Neues! Nein! Doch das ist... Wir haben die Levels geändert! Ich seh' gar nicht! Ich seh' jetzt hier einfach äh... Einfach runterspringen! Du musst runterspringen und ein Wasserloch treffen! Oh Gott! Ach so das ist ja ganz anders das Wasser! Loll! Das wär' denn das Wasserloch gewesen! Loll! Und das ist jetzt nochmal anders hier! What the fuck? Ich hab's geschafft! Ich hab's auch geschafft! Ich bin hinter dir und mich mit mir... Ey wo ist denn das Wasser? Sonst... Hä? Alter! Ihr sollt denn da jetzt erkennen wo das Wasser ist? Alter! Boah das ist ja richtig schwer jetzt! Wow ich bin so gut! Gut! Hat einer von euch erkannt wo das Wasser ist? Ja! Aber es ist... Richtig schwierig! Alter die ganzen Leute die an einem vorbeispringen! Das ist richtig heftig! Das nervt auch! Ich seh' das Wasser nicht! Wo ist denn das hier? Ja das frag ich mich auch nicht! Ich bin ganz unten noch aufgeschlagen! Lass' den Rand doch mal! Das ist so tricky! Ich weiß nicht mal wo das Wasser ist! Ich seh's auch nicht mal! Unten in der Mitte! Ey du... Wir sind da durchgekommen! Ja ich bin durch! Oh scheiße! Fast! Oh! Auf der Kante unten ey! Ja ich auch! Zum zweiten mal jetzt! Hä? Ich bin schon bei Level 3! Aber ich schaff's nicht! Alter! Ich schaff Level 3 nicht! Ich bin so schlecht! Wieder auf der Kante! Ich hab's geschafft! Oh! Ich bleib wie jedes Mal der scheiß Kante hier! Nein! Äh! Ja! Abblick im Forrest oder was? Ja ich bin auch da! Das gibt's noch nicht! Ach du... Ich schaff immer auf der Kante! Ja genau! Alter! Kurz vorm Ende! Die Kante ist richtig scheiße man! Ich hab's geschafft! Ey! Der Wald ist ja echt mal abgefuckt! Dann hab ich den Wald auch! Wow! Wow! Was? Ich schaff's nicht! Loll! Ich schaff's nicht! Loll! Keine Chance! Ist einfach tierisch schwer! Alter das war ja übel! Der Wald war übel! Der zweite hat einfach zu lange aufgehalten! Der Wald ist easy! Ne! Das geht! Das geht! Das geht! Ich hab ne 2! Ach komm! Oh schluss! Das ist eine! Eine Ding! Hast du eine 2? Ja dann komm ich was Rotes! Richtig! Nice! Dann steh ich wieder gleich wo ich David vorher war! Richtig! Loll! 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 Eigentlich sollte hier jemand sein! Ich würde gern mein Shader haben! Was für ein fieses Geräusch man dann noch zurückgeschickt wird ey! Am Richtig! Das MORHUN! Kleiner Tipp! Es lohnt sich auch diese Tiere auszuschießen! Abzuschießen! Group H Italians Okay! Wie funktioniert das jetzt?! Ja nicht gehört! Wo kommen die Hühner! Mit Drinnen oder Außen? Aus der Mitte? Aus der Mitte glaube ich! Hä? Ich seh' keiner! urch müssen Sie TiS Ach da oben! Wie was da oben? Wie jetzt? Ich fliege in die Luft. Ach, da. What the fuck? Die landen dann hier unten. Wir gar nicht. Ja, hallo. What the fuck? Eigenartiges Spiel? Du musst Reflexe zeigen. Oh ja, da hab ich. Da hab ich viel zu viele Shooter-Spiele gespielt hab. Da, wo sind die Tierchen? Hallo, voll konzentriert. Oh ja. Ja. Total. So. Oh. Was für ein anstrengendes Spiel. Das ist richtig anstrengend. Oh ja, das ist einfach hier. Concentration Power. Jetzt leckt's bei mir auch noch, sodass ich einfach nichts mehr treffe. Ich find das aber ziemlich cool, würde ich sagen. Ja, das hat was. Alter, wie viele Hüter kommen da jetzt. Ich treff einfach, ich treff einfach nichts. Was ist denn das? Ey, das war meine. Wie viele Hüter hier sind. What the fuck? Da, Fug. Du musst die Hühner wohl bemerkt in der Luft abschießen. Nee, wenn die Lachen spawnen die. Die anderen Viecher kannst du oben. Oh Mann. Blü und Schweine und so. Und wer ist der? Du hast die Frage. Oh, Gott war's. Oh, lol. Ich hab nicht gesehen, wie viele Punkte ich hatte. Ich hatte viel zu wenig. Ihr hattet eigentlich gar nicht so ein schlechtes Gefühl. Oh, Mann. Ja, ich auch. Ich hab eigentlich gedacht, ich treffe relativ viel. Ich hab eine Sechs. Ich hab eine Sechs. Ich bin der Coolste, wenn ich cruise. Bin ich Erste? Ich hab eine Vier. Ich hab Zehn. Da unten seid ihr. Ich seh euch. Ich seh euch. Was ich dir immer. Minenfeld. Ach so, ja. Das ist easy. Das ist easy. Ja, easy easy. Letztes Mal bist du auch nicht gestorben. Ja, und? Ich weiß aber, wo es lang geht. Easy, 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 lemon squeezy. Was muss man da machen? Einfach nicht auf die Druckplatten. Einfach auf die Druckplatten laufen. Nein. Nein. Ich glaube nicht. Ich kann es nicht auf die Druckplatten. Nicht auf die Druckplatten. Ach, okay. Nein. Das hat mal hervorragend funktioniert, ey. Ich bin schon beim Wasser. Ich bin schon beim Wasser. Hä? Okay. Hey, warte auf mich. Nein. Das war nicht. Na, super. Das war's. Ich war genau jeden Tag. Alter, da war doch gar nichts. Ey, die brauchen wir doch nicht mal richtig raufzutreten. Ha, 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 ha. War beim Wasser. Ha. Oh Gott, den geht gleich an ab hier, oder was? Nein, das ist nicht wahr. Ach, Mann. Ja, aus, das kann nicht wahr sein. Ich bin gleich am Ziel. Und Winner, Winner Chicken Dinner. Was für den Ding? Unglaublich, ey. Was für den Ding? Irgendwann bin ich einfach stehen geblieben. Mein Weg ist einfach der geilste. Nee, ich habe auch mal einen anderen Weg gewählt. Ohne sich Wasser. Ich habe jetzt auch nochmal einen neun Pfund, der, glaube ich, ganz gut ist. Ich werde mir den merken. Ach, ich habe eine Eins. Nein. Nein. Eine Vier. Und. Hey, dran, zwei. Damit bin ich wieder auf dem Roten. Ich raste aus hier. Und wir fünf. Was zur Hölle? Einfach mal die Elf hier haut da raus. Ich bin doch schon Letzter. Bin ich nicht Letzter? Ja, so. Ja, hart. Ich bin auf Platz 1 mit 34 Feldern. Ey, ich wollte vier Felder zurückgeschmissen. Ehrlich. Du hast schon ein bisschen was vor dir, Dennis. Ja, ein bisschen, ne? In diesem Spiel bekommt ein Spieler eine heiße Kartoffel. Dieser muss diese Potato in einem anderen Spieler explodieren. Hot? Wie? Ah, Hot Potato, das ist geil. Kennt ihr das Spiel nicht? Nein. Doch, also. Also, das ist richtig geil. Ich kenne das richtige Spiel, was man so spielen kann. Ja, das ist richtig geil, Hot Potato. Die gebe ich dir ab. Eine Sekunde. Oh, Mr. Egg, hier habe ich die Kartoffel. Ja, Mr. HP. Ist er eigentlich nicht schneller? Geh weg, Nancy. Ach, das ist da hinten. Okay. Verdammt, ey. Okay. Oh, weia. Ich renne weg. Ich renne weg. Ich hau ab. Ich hau ab. Ich bin... Ey, du kannst hier hochklettern. Du kannst hier hochklettern. Wo ist er? Wer hat die Kartoffel? Ich weiß nicht, wer die Kartoffel hat. Irgendein Random. Ja. Der läuft gerade vor mir weg. Iiii. Nein. Ja, genau. Wie knapp, ey. Nein. Oh Gott. Ist nicht euer Ernst. Ich habe die Kartoffel zum Schluss gekriegt. Ich bin draufgegangen. Ich bin auch schon hier oben. Oh, komm. Aber wir kriegen eh die Kartoffel. Wenn der tot ist, dann kriegt irgendwer random die Kartoffel. Und es explodiert. LOL. Nancy, du bist die heiße Kartoffel. Nein. Du musst die abgeben. Nancy. Hier oben sind wir. Die Luft gesprengt haben mit der. Es haben sich alle versteckt. Was für... Nein. Fuck. Lauf. 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 Ey, das ist ein cooles Spiel. Oh nein, nicht du. Nicht dein Ernst. Lauf Lobius. Nein. Nicht Lobius. Nicht. Nein, das ist die Kartoffel. Scheiße. Und ist weg. Jetzt hat Lobius die Kanabe. One on one. Der ist beim Pool. Der ist beim Brunnen in der Mitte. Na. Los Lobius. Lobius. Nein. Nein. Ich war so nah. Quatsch. Das war gut. Aber ein schönes Spiel. Muss ich euch sagen. Die lassen sich da viel einfallen. Boah. Ja, das sind aber Games, die es schon gab. Hot Potato gab es auch schon. Oh, ich hab eins. Drei. Jetzt fehlt einfach nur noch so ein Minis Black Game, was auch noch hier fehlt. Ich hab ne sieben. Vier. Mit Bronze. Mit Bronze Würfel hab ich vier. Super. So, wo kommt der jetzt? Wo ist der? Oh, bin ich. Auch nee. Auf den roten. Ernsthaft. Es hat nichts gebracht. Boah. Der ist auf Platz 41 mittlerweile. Ja. Der wohne auch nicht. Oh Gott. Der wohne auch wohl. Das macht Spaß. Es macht Spaß, aber es ist echt übel schwer, manchmal. Ja, das stimmt. So. Erstmal schnell von euch entfernen hier, damit ich... Du darfst aber nicht zu weit weg. Aha. Ja, ja. Okay. Drei, zwei, eins. Gelb. Schwarz. So. Schwarz haben wir. Nein. Wieder schwarz? Ach so, da war auch schwarz. Farblos. Rot. Rot, rot, rot. Ich bin ein roter Mann. Jo, das wär so. Rot, rot, rot. Das lila ist der Style. Lila. Hi, Lobby. Hallo, Basti. Rot. Rot. Oh Gott. Boah. Im Sprung. Im Sprung. Was ist das? Held auf. Basti, geh mal ein bisschen weg. Steh nicht eben hier drin. Orange. Ah. Ja. So, jetzt. Jetzt kommt gleich die Lille, Gelbkacke. Nein. Nein. Ach, Mann. Nein. Okay. Nein. So sieht das nicht aus. Ich hätte eine Runde überleben müssen. Ob ich so über ihn weg jetzt gerade, das war von mir. Ich müsste mich den letzten dreimal nicht mehr bewegen. Nee. Ich hab's gesehen. Oh, Mann. Ich hab eine zwei. Nein. Ich hab eine sechs. Rohrfilkopter. Rohrfilkopter. Noch eine sechs. So sieht das nämlich aus. Unglaublich. Oh, ich steh mit dem. Jetzt kommen wir von uns fällt wahrscheinlich. Auf keinen Fall. Und jetzt ist er weg. Ja, ist auch kein Tech-Malz. Juhu. Jetzt war er auch schon. What the fuck? Was sieht das nicht aus hier? Unglaublich. Was geht denn mit euch nur auf den ersten? Yo, ich bin fast auf den letzten. Ich bin fast nur. Nur vier Blöcke bin ich von dem. Musikstück vorgespielt und fünf ausfallen. Das ist geil. Musikraten. Und bitte keine Tipps geben. Also ihr müsst die Titel auch raten. Was? Ich hab die Musik im Spiel aber ausgemacht. Songs ab. Müsst ihr es anmachen. Stand gerade da. Oh nein. Wo bleibt sie denn? Ehrlich jetzt? Ich weiß es. Ich weiß es. Hä, ich höre es nicht. Före mir aber an. Normale Minecraft-Zons sind das. Don't stop me now. Hey, du sollst deine Klappe halten. Ich hab jetzt einfach irgendwas gehört. War das richtig? Ich weiß es nicht. LOL. Es war richtig. Ich hab random und es war richtig. Hab ich das nicht mal gehört. Ich auch nicht. Weit ihr was? Ah, das kenn ich. Jetzt höre ich es. Das ist Asher. Und was ist das für ein Lied? Ihr müsst mir helfen. Ich kann es nicht hören. DJ. Ernsthaft? Ja. Was hörst du? Ich hab was anderes gewählt. Das wäre ich. Yeah. Lalalalalala. Das nervt mich voll. Ja. Pst, pst. Ich weiß nicht, wie das Lied heißt. Das ist Super Mario. Ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt höre ich es. Du musst die Musikbox anstellen. Deswegen ging es nicht. Das ist Super Mario? Ja. In der Mitte. Oder war es nicht an einem Klappe? Nee. War richtig. Wir sind gut. Ich weiß es schon. Denk ich. Ah, ja. Wie easy. Das kennt doch jeder. Hast du die Frage? Hat du gewählt eigentlich einen richtigen Titel? Wo ist es denn? Hä? He is a pirate. Ja. He is a pirate. He is a pirate. Lass sie alle das richtig machen. Was soll denn das sein? Hä? Eigentlich nicht. Ich auch nicht. War nie gehört. Was? Was sucht man das sein soll? Ach. Ach. Hier auch. Okay. Was war es denn? Loll. Hä? Schweden. Ich wollte es erst noch nehmen. Pokémon. Ja. Pokémon. Pokémon. Na, passend zu meinem Intro. Den, den, den. Pokémon Center Themen. Genau. Auffern habe ich wiederum keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich habe es zwar gespielt, aber das hätte ich nicht erkannt. Was? Das war das Lied aus dem Pokémon Center. Ja. Hä? Das ist halt totaler Random. Wenn alle auf den ersten Platz passiert, das ist Random oder was? Das geht das Skill einfach nicht. Ja, genau. Ja. Würfeln! Fünf, vier, vier, vier. Oh mein Gott, ich habe ein eins gewürfelt. Was ist das denn? Ich habe da fünf gewürfelt. Der sei es gar nichts. Oh, der ist auf Platz neunfürzen. Und das einiges. What the fuck? Oh nein, Nancy, oder? Du gehst weg, oder? Geh weg, geh weg, geh weg. Nein, nein, nein. Wer ist denn bei mir jetzt? Well. Alter, ich bin so weit nach hinten gefallen. Ach du Scheiße. Und jetzt kommt's TNT-Run. Ich versuche so lange, wie möglich, auf dem Plattform zu stehen. Der Letzte, der oben steht, hat gewonnen. Hä? Oh Gott. Geht doch mal alle weg von mir. Ich will in eine Ecke. In eine Ecke will ich campen. Ich bin ein Camper-Noob. Ein Camper-Noob. Was? Ich hab mir doch auch nicht angefangen. Da bin ich schon draußen. Lol. Oh Gott, ich hasse jetzt den auch noch zu spüren. Nein! Ich hab's noch raus. Ich hab's noch woanders. Da läuft grad außen einer entlang. Wenn ihr den abschneiden könnt, dann habt ihr den los. Mr. Agipi ist das. Das bin er ich. Willst du das versuchen? Nee, Saika wiss schon, wen ich mein. Oh mein Gott. Ja, F. Hab nichts gesagt. Oh Gott. Das war richtig knapp. Ich glaub, das war ein Vierer-Jump oder sowas. Oh Gott, das ist eine knappe Sache hier. Naja, der hätt nicht mehr zu springen. Okay, drei. Nein! Warum bin ich denn nicht so rum? Vier. Achso, es sind noch vier. Oh Gott. Oh mein Gott, das bist du gleich raus und was sie. Naja! Der war, ja, der war sehr schlimm. Der letzte Sprung, der war schon ganz schön. Hätt ich mir Zeit gelassen, hätte ich es geschafft. Aber es ist keine Zeit, hast du ja nicht. Ja, genau. Sie hat wohl ja nicht. Oh Gott, Alter. Werde, was lebt du noch? Ich. Lobius und noch jemand anderes. Saika. Saika ist doch noch. Das ist richtig. Und? Wer ist der letzte da? Ja, dieser Rona war nie. Der ist gleich draußen. Und? Ja. Oh nein! Da war einfach nichts mehr. Lol, ich bin auch noch Zweiter geworden. Der Typ ist ja übelig drauf. Weil ich eine Sekunde vor dir rausgeflogen bin. Ist ja voll der Pro-Game. Ja, der hat die Jumps drauf gehabt. Unglaublich. Ja, bei mir ging das aber auch richtig gut, fand ich. Das fand ich cool. Ja. So, eine sechs. Eine vier. Das war epic. Nancy. Na eins, Dennis. Ja, bei der Arbeit. Lebewohl. Zwei mit dem Bronzer. Nein, ach nein. Warum denn rot? Ja, rot ist gut für dich. Oh Gott, ich bin vorletzter. Nein, nein, nein. Ach, ich bin vorletzter. So, jetzt sind wir auch mal vorne. Jetzt sind wir auch mal vorne. Wenn das Pferderrennen kommt, rass dich aus. Ja, Pferderrennen wäre scheiße. Dann fliege wieder runter, wenn du unsere Skills. Ach, Quatsch. Pferderren, Pferderren, Pferderren. Doodle Jump. Ja! Mein Lieblingsspiel. Ich hatte es so sehr. Ich auch. Ihr müsst immer nach oben gucken. Ach, Quatsch. Hast du schon mal gesagt, das hat letztes Mal nicht geklappt. Ja, ich kann das nicht mit nach oben gucken, ehrlich gesagt. Ich habe noch nie die Doodle Jump gespielt. Das ist scheiße. Lol. Ich wurde geportet. What the fuck? Ja, einfach mal nicht mehr springen. Das ist sehr gut. Nein. Oh Gott. Nicht komplett runter. Nicht, komm. Nein, das ist nicht wahr. Alter, komm. Okay, jetzt ist vorbei. Jetzt habe ich eh schon verkackt. Ich bin auch mehr ganz unten. Ich habe gewonnen. Lol. Also, ich komme nicht früh. Da bringen die roten Felder. Ja, gar nichts. Super. Ich bin da, woher. Spann. Oh, halt. Oh. Hau ab. Nein. War super. Das ist das erste Mal oben angekommen, ey. Lol. Ich bin auch schon oben angekommen, aber das ist eine Weile her. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich mache jetzt wieder eine Eins und komme wieder da drauf. Ich bin schlecht. Das Spiel macht mich alle. Macht dich alle? Mich auch. Ja, ich habe eine 6. Ich habe eine 4. Eine 2. Komm, gib mir jetzt nochmal eine 6, dann habe ich 12. Und noch eine 1. Juhu. Ja, einfach eine 6. Ich habe 12. Mach das rote Feld ganz schnell kaputt. Komm. Geh kaputt. Basti ist aber immer noch nicht erster. Falls das irgendwie relevant sein sollte. Ich habe eine 4. Mit einem Feld Vorsprung. Echt? Ein Feld vor, zwei Felder zurück. Ich habe noch genau 30 Minuten zum Live-Sprung. Werde ich die Mario Party noch gewinnen? Das Spiel könnte ich jetzt mini-survivalen halten. Oh. Ich wollte doch Platz 1, dann könnte unser Trouvel-Town-Team gewinnen. Wieso Trouvel-Town-Team? Ja, können wir. Also du willst alle, du willst nur die Gegner umbringen jetzt. Ja, ihr müsst mir helfen. Nein. Also wir bringen uns gegenseitig um. Was müssen wir hier machen? Wir bringen uns so nicht gegenseitig. Mini-Survival-Games. Das ist einfach survival. Ich habe einen Goldapfel. Ich habe einen Trank gefunden, glaube ich. Das ist hier vor mir. Der gehört nicht zu uns. Würde ich den erst mal. Hattest du überhaupt noch? Du kannst dich töten, auch so, weil du noch 10 Sekunden bis zum Start sind. Oh Gott. Das ist Rohrwürmer. Ich habe auch einen Goldapfel. Wer ist denn hier unten? Ach, das bist du. Hi. Ja. Ich bin in einer Hütte drin. Okay. Wo sind wir draußen nochmal umgucken? Oh Gott. Wo seid ihr gerade? Wo willst du drin bleiben? Ich bin in der Mine. Ja. Da kommt ein... Nee, das ist halt... Nicht, 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 nicht. Ich bin irgendwo draußen. Ich habe ein Steinschwert. Na? Haben wir noch irgendwo Gegner? Wo seid ihr? Ich habe einen Fallenbogen und ein Steinschwert. Nee, ich habe... Oh, ein Steinschwert, gib her. So, wo bist du? Ich bin bei der... Ja, ja, alles cool. Wir sind zusammen hier. Wer ist dahin? Buh, 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 buh. Buh, 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 buh. Da sind wir nicht. Wir sind bei der Miene. Nicht bei der Höhle. Sehr schön. Wir sind genau auf der anderen Seite. Einen habe ich raus. Wo bist du denn? Ich glaube, dann sind die Randoms schon raus. Ich sehe da welche, oder seid ihr das? Ja, das sind wir. Wenn die zwei Randoms tot sind, dann sind wir noch wieder da. Stefan, gib die Truhe nicht auf. Welche Truhe auch die da? Das ist eine Truhe, die nicht aufgeht. Hier ist doch direkt eine Truhe. Du kannst nicht alles einsammeln. Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen habe ich. Da ist auch noch eine Truhe. Boah, wo seid ihr denn alle? Bei der Mine. Verstecken. Wir sind offen. Wir stehen offen vor der Mine gerade. Hä? Ich bin hier vor der Mine. Nee, wir sind, glaube ich, die Einsehnte noch. Ich bin noch am Leben. Ja, töten wir uns dann, oder nicht? Nein, nein, warte mal, warte mal, warte mal. Nein. Nein, wir töten uns dann. Ich warte dir denn jetzt nicht, bis hier irgendwas passiert. What? Du Pisser. Robin, ich brauch doch die Punkte. Nein. Yes. Lol. Ihr seid so mies. Ja, genau. Ja, genau. Geht zu zweit auf Einheit, oder was? Ja, ist so. Los auf Basti. Nein. Auf jeden Fall mein Kill gemacht. Das habe ich auch, aber ich bin leider raus. Und? Oh, Ejwein. Was, das Spiel ist vorbei? Ja. Oh, ich bin dritter. Ja, ich kriege meine Extra. Jetzt muss ich sechs und zwei. Okay, dann habe ich gewonnen. Na, renn. Na, dann renn da. Ren an eine Bullette. Mach jetzt eh wieder eine Zwo und wird dann wieder zurückgeworfen. Ich habe eine Zwo. Oh, nein. Eine Fünf. Sechs. Eine Fünf habe ich gewürfelt. Nein. Jetzt eine Zwei und ich habe... Eine Eins. Oh mein Gott. Ja, mir fehlt genau ein Würfel. Äh, mein... Rippa. Noch einmal würfeln. Dann ist das Spiel vorbei. Ja, dann ist hier vor... Äh, das war ich. Ja, gut. Das war's dann, wo wir mit Mario Party stattfinden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut doch bei den anderen vorbei. Wenn es euch richtig gut gefallen hat, lasst einen Daumen da und ansonsten bleibt nur rein zu sagen. Tschüss, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.